Dominik hier, moin! Im folgenden Video zeige ich euch, wie ich von meiner Synology Diskstation DS213 Plus auf eine neue Diskstation DS215 Plus wechsle, also meine alte Diskstation, komplett auf die neue Diskstation migriere, ohne Datenverlust und ohne, dass ich alle Einstellungen neu tätigen muss. Zunächst kurz zur Info, meine DS213 Plus hat zwei Festplatten drin, diese sind je 2TB groß, sind als Synology SHR-Rate verbunden und ich habe, wie ihr hier seht, diverse Apps von Synology laufen und Einstellungen getätigt. Alles, was ich in meinen früheren Videos gezeigt habe, läuft ja zum größten Teil auch hier auf meiner Diskstation, also es ist eine ganze Menge, was ich getan habe und ich möchte nicht, dass diese Daten, die auf meiner Diskstation sind, in irgendeiner Form verloren gehen. Ich habe das Ganze schon gemacht und das, was auf der Synology Webseite steht, was man alles an Daten angeblich verliert, traf bei mir nicht zu. Bei mir sind sämtliche Daten erhalten geblieben und auch Einstellungen, mehr dazu aber nachher. Bitte beachtet, was ich hier zeige, ist nicht möglich, wenn ihr von einer Diskstation mit nur einer Festplatte kommt. Ihr könnt jederzeit von einer kleineren Diskstation auf eine größere wechseln, außer wie gesagt mit der Diskstation, die nur eine Platte hat. Ebenfalls spielt es keine Rolle, ob die größere Diskstation nun vollgepackt wird mit Festplatten oder ob wie bei mir jetzt beispielsweise in der DS215 Plus nur zwei Festplatten laufen. Zuallererst möchte ich eine Datensicherung meiner Daten machen. Das heißt, ich sichere jetzt alle Einstellungen und alles, was so auf meiner Diskstation drauf ist. Dazu gehe ich einmal ins Hauptmenü, gehe dann in Datensicherung und Replikation. Hier, das habe ich schon einmal gemacht und wir fangen jetzt ganz von vorne an. Zuallererst nehme ich mir ein Datensicherungsziel. Hierzu empfehle ich euch, schließt eine externe Festplatte, einen USB-Stick, der groß genug ist, an, damit dieses Backup nicht auf den internen Platten ist. Denn wir möchten es ja wiederherstellen und auch sicher wiederherstellen und deshalb auf eine externe Platte. Ich sage also im Datensicherungsziel erstellen. Ich möchte das Ganze nicht als Netzwerksicherungsziel, auch nicht in eine öffentliche Cloud, sondern auf eine lokale Festplatte bzw. eine externe Festplatte. Klicke dann auf Weiter und möchte nun nicht auf dem lokalen Volume, sondern auf einem gemeinsamen Ordner. Da externe Platten ja als gemeinsamer Ordner angelegt sind, finde ich hier auch meine Backup-USB-Platte. So heißt die bei mir. Ich zeige euch das ganz kurz. Ich habe hier eine externe USB-Platte und die heißt als gemeinsamer Ordner eben Backup-USB. Benenne das Ganze, wie das Datensicherungsziel heißt und sage dann übernehmen. Da ich das schon gemacht habe, heißt es bei mir halt Local Share Storage 1. Ich habe das nicht umbenannt, war ja nur für das kurze Backup. Anschließend gehe ich auf die Datensicherung und sage, ich möchte eine Datensicherungsaufgabe erstellen. Wähle das bereits vorhandene Datensicherungsziel. Das heißt bei mir Local Share Storage 1 oder wie ihr es eben benannt habt. Sage einmal Weiter und habe jetzt die Möglichkeit auszuwählen, was gesichert werden soll. Meine ganzen Daten möchte ich nicht sichern. Zum Beispiel der Ordner Company, Daten, Datenaustausch Familie. All das möchte ich nicht, denn ich möchte ja nur die Einstellungen und Apps meiner Diskstation sichern. Das hier, das interessiert mich gerade nicht. Das möchte ich ja übernehmen mit der Migration. Klicke also auf Weiter. Weiter und ich kann nun die gesamten Anwendungen sichern. Dazu mache ich einfach den Haken hier oben hin. Brauche mich nicht weiter kümmern und klicke dann auf Weiter. Ich benenne das Ganze jetzt auch noch. Hier könnt ihr Daten eintragen, wie ihr wollt. Lasse das alles so wie es ist, denn ich möchte das gar nicht automatisch erstellen. Ich möchte nur einmal dieses Backup machen und sage dann übernehmen. Und nun klicke ich auf mein Local Backup Set 2 oder wie ihr es benannt habt und sage Datensicherung jetzt durchführen. Ist dies geschehen und steht hier erfolgreich, habt ihr das Ganze erstellt und nun können wir weitermachen. Stellt zuallererst sicher, dass ihr die aktuellste DSM Version habt. Hierzu gehe ich auf die Systemsteuerung, aktualisieren und wiederherstellen und lasse einmal nach meiner DSM Version suchen, ob die wirklich auf dem aktuellsten Stand ist. Wenn nicht, dann aktualisiert diese bitte. Bei mir ist sie auf dem aktuellsten Stand und nun kann es losgehen. Das ist meine alte Diskstation. Ich fahre diese Diskstation jetzt einmal herunter, schalte sie aus und nehme mir meine neue Diskstation zur Hand. Wie ihr hier auf dem Bild seht, auf meiner alten Diskstation DS213 Plus gibt es zwei Festplatten. Diese sind gekennzeichnet. Das ist auch ganz wichtig. Einmal mit einem Punkt bei mir und einmal mit zwei Punkten. Das heißt, das eine ist die Platte 1, das andere die Platte 2. Achtet bitte darauf, wenn ihr diese Festplatten nun in eure neue Diskstation hineinschiebt, dass die Festplatte 1 auch in den Schacht 1 der neuen Diskstation kommt und die Festplatte 2 in den Schacht 2 der neuen Diskstation. Habt ihr das gemacht, könnt ihr eure neue Diskstation mit den zwei alten Platten aus eurer vorherigen Diskstation nun ans Netzwerk anschließen und anschalten. Im Anschluss startet ihr bitte den Synology Assistant, den bekommt ihr auf der Synology Webseite und er sucht nun nach Diskstations in eurem Netz. Ihr seht, meine ist natürlich schon eingerichtet. Ich habe das vorher schon mal getestet, damit das auch wirklich nachvollziehbar ist, bevor ich dieses Video mache und ich euch eventuelle Schwierigkeiten gleich mitteilen kann. Bei euch steht dann hier nicht Status fertig, sondern normalerweise im Englischen Migradable oder Migrationsfähig oder Bereit zur Migration, wie auch immer. Und dann klickt ihr auf Verbinden. Im Anschluss werdet ihr in eurem Webbrowser eben darauf hingewiesen, dass diese Diskstation zur Migration bereitsteht. Folgt diesem Assistenten. Das sind wirklich nur ein paar Schritte. Ebenfalls möchte ich von euch wissen, ob die aktuellste DSM-Version wiederhergestellt werden soll und so weiter. Und nachdem ihr diesen Assistenten gefolgt seid, die DSM-Version in aktuellster Version installiert ist, könnt ihr während des Vorgangs eure Daten auch gleich wiederherstellen. Schließt dazu eure USB-Platte, auf der sich das Backup befindet, an und wählt dem Assistenten einfach Daten wiederherstellen von diesem Backup. Klappt das nicht oder seid ihr aus unerfindlichen Gründen nicht danach gefragt worden? Könnt ihr euch mit dem Admin anmelden. Der Admin hat als Standard kein Kennwort. Geht dann auf Datensicherung und Replikation. Geht auf Wiederherstellen und sagt Wiederherstellen von Daten, lokale Wiederherstellung. Und wählt eben hier wieder eure Backup-Platte aus und wählt auch hier aus, welche Datensicherung ihr wiederherstellen möchtet. Im Anschluss startet eure Diskstation neu und es sollte alles so sein, wie es vorher ist. Beachtet bitte eins, da bei meinem Wechsel von der DS213 Plus auf die DS215 Plus ein Architekturwechsel stattgefunden hat, das bedeutet, der Prozessor meiner vorherigen Diskstation war ein anderer Typ als meiner jetzigen Diskstation, sind einige Pakete zur Reparatur gewesen bzw. musste ich neu installieren, was aber kein Problem dargestellt hat. Sämtliche Daten sind erhalten geblieben und auch was Synology auf der Webseite sagt, dass diverse Einstellungen verloren gehen, unter anderem die der Surveillance Station oder der automatischen Blockierung hier unter Sicherheit, war bei mir nicht der Fall. Sämtliche Freigaben und Blockierungen und auch Einstellungen sind erhalten geblieben. Bei mir war es lediglich im Paketzentrum der Fall, dass ich diverse Pakete reparieren musste oder neu installieren musste. Sämtliche Einstellungen jedoch sind bei mir erhalten geblieben. Viel mehr müsst ihr an dieser Stelle nicht machen, bei mir hat es ganz wunderbar geklappt, völlig ohne Probleme und die Migration von meiner 2-Disk-Diskstation auf meine 4-Disk-Diskstation hat ohne Probleme geklappt. Da ich jetzt nur zwei Platten im Betrieb habe, kann ich selbstverständlich jederzeit das Volume erweitern bzw. eine oder gleich zwei weitere Platten nachstecken und die müssen auch nicht die Größe der vorherigen Festplatten haben. Wie das geht, zeige ich in einem anderen Video. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Migration von eurer kleineren Diskstation auf die größere Diskstation. Von meiner Seite her hat das ganz schön an Leistungsplus gebracht. Die DS215 Plus ist erheblich fixer als meine DS213 Plus und die war nicht mal langsam. An dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Joao! Vielen Dank.